also meine damen und herren ich habe selbstverständlich wieder was großes vorbereitet für euch das thema heute ist riesen viele denken sich riesen was soll daran so spannend sein das kann doch gar nicht so spannend sein was soll es da für eine thematik geben bigfoot ja was soll das was ist daran so geil und bla aber ich sage euch jetzt eine sache es gibt tatsächlich dinge naja wie soll ich sagen die beweisen dass es riesen tatsächlich eventuell irgendwann mal gegeben hat zuerst einmal wie viele wissen gibt es oft den mythos von riesen wir gehen erstmal in die zeit zurück wo das ganze mit riesen und so weiter und so fort angefangen hat denn wo hat das ganze angefangen es hat angefangen in unseren religion im koran zum beispiel heißt es adam war 60 ellen groß was ungefähr 68 58 meter wären jetzt stellt euch das einfach nur mal vor adam der erste mensch der welt von dem wir alle abstammen ist 68 58 meter groß wie viel sind 60 ellen in meter 27 43 meter schuldigung stellt euch einfach vor ein mensch 27 meter hoch so groß wird adam im koran beschrieben das ist die erste religion wo es um riesen geht wo man sich denkt okay kann ja sein kann ja sein ich bin eh christ ich glaube nicht an die an den koran dann ist es bei mir anders aber wie ist es in der bibel in der bibel gibt es die sogenannten nephilim die ebenfalls eine rasse der riesen sind also da gibt es auch riesen es gibt auch in der bibel einen könig namens basham der vier bis viereinhalb meter groß ist vier bis viereinhalb meter das bedeutet okay wir haben jetzt den koran wer mit sind bibel in den büchern die wir als legitim einstufen weil sie von gott geschaffen sind haben wir die aussagen dass es mal riesen gab jetzt gucken wir weiter was sagt der hinduismus im hinduismus gibt es ramayana ramayana ist wird als sehr sehr groß beschrieben da wird keine meter anzahl gemacht oder ellen oder sonst was aber er wird als so groß beschrieben dass er mehrere menschen verschlingen könnte also so so könnte er menschen verschlingen wie bei attack und titan das heißt warte mal koran bibel hinduismus alle reden von riesen entweder war da einer kreativ oder es ist freestyle geschrieben oder was auch nein daran glauben wir nicht wir glauben daran dass diese bücher von gott an uns gesandt wurde beziehungsweise die religion was gibt es noch es gibt im buddhismus im buddhismus gibt es einen könig namens mahasamata mahasamata war sein name der ebenfalls als extrem groß beschrieben wurde also nicht als groß 1 meter 80 1 meter 90 2 meter als extrem groß beschrieben wurde leider haben wir dort auch keine größenangabe aber er wird als extrem groß beschrieben ich persönlich finde das alles sehr sehr merkwürdig würdet ihr bis jetzt auch sagen irgendwas ist da komisch 1 in den chat wenn ihr mir zustimmt es kann ja nicht einfach so in den büchern stehen in den größten religionen der welt kann ja nicht einfach drin stehen dass es riesen gibt ist ja kein fantasiebuch haben sich viele gedacht viele haben sich gedacht ey das ist komisch es kann doch nicht sein dass da einfach drin steht dass es riesen gibt wo sind wir denn hier naja es gibt mehrere männer und vielleicht auch frauen ich weiß gar nicht aber meistens männer die sich auf die suche gemacht haben die neugierig waren die gesagt haben ich möchte wissen was dahinter steckt ich glaube nicht dass das alles zufall ist da gibt es beispielsweise ein schweizer ist ein hobby archäologe sein name ist gregor spöri und gregor spöri ist geschäftsmann er hat gut geld ihm geht es gut und gregor spöri ist nach ägypten gereist und hat gesagt ich möchte mal gucken was es so in ägypten gibt aber gregor spöri hat sich nicht auf den normalen wege orientiert wenn man so will sondern er hat ja wie soll ich es erklären es gibt in ägypten illegale grabräuber und diese illegalen grabräuber die finden kleinere pyramiden beispielsweise brechen da ein holen die schätze raus und verkaufen sie auf dem ägyptischen schwarzmarkt für antiquität und dieser gregor spöri dachte sich ich guck mal was es da so gibt und ihm wurde etwas angeboten was es so noch nie fotografiert wurde auf der welt meine damen und herren das hier ist ein finger und das hier ist ein geldschein also der geldschein ist so groß wie die fingerkuppe vorne das ist ein mumifizierter finger das heißt ihr könnt euch ausrechnen wie derjenige aussah oder aussehen musste dem dieser finger gehört ich zeige euch nochmal ein anderes bild da hält er diesen finger in der hand wenn ihr sagt das ist kein finger wem soll diese von dem menschen wem soll dieser finger gehört haben das sind die original fotos das ist krieger spöri und das ganze hat der ägypter der ihm diesen finger verkauft hat er wollte den finger erst mal nicht verkaufen er wollte den finger erst mal nicht verkaufen bis dieser geschäftsmann gesagt hat hör mal zu ich biete dir sehr viel geld da hat er ihnen dann verkauft und er hatte sogar ein beweis aus dem labor und zwar wurde dieser finger geröntgt um zu schauen ob das nicht einfach aus pappmaché gemacht ist oder sonst was sondern ob es ein wirklicher finger ist so das ganze wurde ihm vom labor bestätigt das ganze ist natürlich sehr umstritten und wissenschaftler sagen nein so solche labor errungenschaften gibt es gar nicht dass man einen so einen riesen finger da abgibt und den überprüfen lässt da hätte das labor schon längst die polizei angerufen weil das ja ein antiquitäten stück ist erstmals illegalen handel und zweitens ist es so fantastisch das würde die ganze menschheitsgeschichte umschreiben laut berichten soll es so gewesen sein das ganze hat sich 1988 abgespielt der finger soll etwa 38 cm groß sein 15 zoll breit und sieht einfach aus wie ein äußerst großer menschenfinger würden wir jetzt sagen es gibt riesen würden wir würden glaube ich sagen ich habe bis jetzt keinen gesehen aber die stories sind schon crazy und ja es ist nur so dass das nicht das einzige artefakt war welches auf der welt gefunden wurde es gibt tatsächlich ein paar dinge mehr und umso mehr wir uns angucken desto gruseliger wird es umso länger und tiefer wir recherchieren desto weiter zurück in der zeit geht es denn früher hat man anscheinend ganz offen über solche themen geredet und heute macht es keiner mehr es gibt zeitungsartikel aus 1600 da war das ganz normal 1600 hat man einfach über riesen geredet als wäre es normal und heute wird verboten als ob es einen abschnitt in der geschichte gab wo die leute gesagt haben nee wir müssen jetzt ein bisschen langsamer machen die menschheit darf nichts wissen über riesen in kreta gibt es beispielsweise eine höhle und in dieser höhle das ist die sogenannte arcalo shori höhle wurden sogenannte äxte gefunden jeder weiß was eine axt ist oder zum bäume hacken das problem an diesen äxten ist sie sind circa zwei meter lang und wiegen ungefähr 50 kilo es sind doppelseitige äxte aus bronze und man hat davon 23 stück gefunden hat sich gesagt das sind rituelle äxte das sind keine äxte um damit zu holz zu hacken oder sonst was das waren rituelle äxte für ein ritual oder für eine show oder und so weiter und so fort und was auch immer ja das problem an der ganzen sache war man hat nicht nur drei äxte gefunden man hat hunderte äxte gefunden in dieser größe also wenn ich eine axt für ein ritual brauche dann mache ich eine verdammt noch mal oder zwei oder drei aber von dieser größe an äxten wurden tatsächlich hunderte gefunden das bedeutet da muss was dran sein es kann nicht sein die kein mensch kann die heben die wiegt 50 kilo die axt und ist zwei meter lang welcher mensch soll diese axt benutzen zwei meter lang 50 kilo und davon hat man hunderte äxte gefunden ich glaube ist man hat die spitzen glaube ich von 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 sachen gefunden man hat auf jeden fall sehr viele sachen gefunden unter anderem hat man die axt gefunden und das sind so die das ist so das haupt ding wo man sehen kann wie groß die ungefähr waren also das ist eine steckdose damit ihr ungefähr einschätzen könnt wie groß diese äxte waren und da haben sich die leute gesagt es kann nicht sein verstehen eine axt muss erst mal das metall muss erst mal gegossen und geformt werden ja du hebst die aber du wirst damit keinen baum fällen du kannst nicht du kannst dich das ist 50 kilo zwei meter lang 50 kilo als kugel kann ich auch heben und bewegen aber zwei meter und 50 kilo bewegt das mal so locker auf jeden fall ist das sehr 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 merkwürdig man merkt schnell dass es keine symbolische axt ist sondern eine rituelle axt sondern eine axt die tatsächlich benutzt wurde das material war bronze einige waren auch aus gold und silber das gewicht gewicht schätzungsweise 20 bis 50 kilogramm abhängig von der größe und der material dicke meint ihr diese äxte wurden von menschen die so groß sind wie wir betrieben ich persönlich glaube nicht dass menschen wie wir sie sind so dumm wären uns 50 kilo schwere zwei meter lange äxte zu machen es gab spekulation die haben gesagt ja die haben die äxte da so hingelegt und hingestellt falls gegner kommen dass die denken da wo ein riesen und dann abhauen und bla und was weiß ich was glaube ich nicht ich glaube tatsächlich da ist irgendetwas dran was verschleiert wurde was wir nicht wissen sollen es gibt lauter dieser funde es gibt wirklich viele dieser funde beispielsweise gibt es auch einen fußabdruck einen fußabdruck der in stein geformt wurde wo sich die leute auch fragen wie kann das sein weil dieser fußabdruck der ist tatsächlich so groß wie dieser mann wie man sehen kann und da muss man sich auch die frage stellen wem gehört dieser verfluchte fußabdruck wir schauen uns einmal kurz ein video dazu an damit ihr auch seht wie dieser fußabdruck überhaupt wie groß der tatsächlich ist das einzige problem an diesem fußabdruck ist der ist in granit also der stein ist aus granit wenn er aus granit ist dann kann sich der fuß eigentlich nicht da rein geformt haben das einzige wo sich ein fuß in einstein der aus granit sein soll eingestanzt hätte wäre wenn der wenn das granit vorher lava gewesen wäre weil granit ist seine seine flüssige form ist lava und in lava sein fuß zu stecken das würde ein bisschen heiß werden es sei denn riesen haben eine viel dickere hornhaut und für die ist das gar kein problem über lava zu laufen das könnte natürlich auch sein aber ja das noch mal kurz als randinformation und thank you for being and welcome for arriving and one of the most amazing sites and one of the highlights gold war tatsächlich wo er ist zu weich man muss dazu sagen dass es auch viele menschen gibt die solche dinge faken damit die tourismus an ihrer haustür haben oder da wo sie leben und geld damit machen können das kann natürlich auch sein deswegen bin ich mit solchen dingen immer sehr vorsichtig die ich nicht die ich nicht zu 100 prozent bestätigen kann oder wo ich sagen kann ja das stimmt ja das stimmt nicht da bin ich immer sehr vorsichtig mit aber das ist schon sehr sehr faszinierend naja genau der fußabdruck wurde in südafrika auf einem granitblock gefunden der laut geologen wohl zwei bis drei milliarden jahre alt sein muss das muss man auch dazu sagen wenn die erde laut geologen 4,5 milliarden milliarden jahre alt ist und dieser fußabdruck 2,3 beziehungsweise zwei bis drei milliarden jahre alt sein muss dann ist das schon ein sehr sehr alter riese gewesen aber spricht ja nichts dagegen grundsätzlich das problem wie schon gerade eben beschrieben granit besteht aus erstarrter lava was bedeutet dass der riese barfuß in die heiße lava getreten sein muss aber wir sind noch nicht am ende es gibt nämlich noch eine sache das ding ist es gibt einen ort in der türkei kennt ihr gedicht so dort gibt es einen mann professor doktor jahus ernek hat 1950 einen knochen gefunden in der türkei ich zeige es euch einfach mal er hat einen knochen gefunden der eins zu eins aussieht wie ein menschlicher hüftknochen also er sieht wirklich eins zu eins aus das ist quasi der knochen hier das ist quasi der hier der knochen hier ist das quasi von hier von hüfte bis hier ich glaube sogar der größte knochen den der mensch hat der knochen ist das den er da gefunden hat schaut euch mal an wie groß dieser knochen ist oberschenkelknochen was für hüftknochen der geistel ich redet ihr merkt schon heute bin ich ein bisschen bei den illuminaten auf jeden fall der knochen ist circa eineinhalb meter groß und der mensch dem dieser knochen gehört haben muss drei bis dreieinhalb meter groß sein da kann nichts dazwischen kommen er muss drei bis dreieinhalb meter groß sein der mensch der diesem knochen gehört was bedeutet es war ein absoluter riese der größte uns bekannte mensch der welt derzeit ist glaube ich zwei meter 40 oder zwei meter 70 oder irgendwie sowas ne auf jeden fall der muss ja noch größer gewesen sein der mensch dem dieser knochen gehört 1950 wurde der gefunden und dieser doktor jahus ernek sagt der knochen wurde an amerikanische forscher verkauft das hat er gesagt aber die amerikaner die sagen nur wir wissen davon nichts die tun so als wüssten sie davon nichts wie immer wir kennen die amerikaner und das ding ist er hat den aber an die amerikaner verkauft aber die sagen wir wissen nichts davon was für mich auch ein indiz dafür ist dass die geschichte der riesen eventuell nicht ganz publik werden soll dass man nicht möchte dass irgendjemand was davon weiß aber wir können ja noch weiter an die geschichte zurückgehen die hieroglyphen der ägypter hieroglyphen sind diese wandmalereien von den ägyptern diese komischen figuren ihr wisst was ich meine das merkwürdige an den hieroglyphen der ägypter ist dass sie wandmalereien haben die sich so nicht erklären lassen denn auf den wandmalereien der ägypter werden steine getragen die denen der pyramide von gizi sehr ähneln und wenn ihr mal einen menschen daneben seht seht ihr dass der stein größer als der mensch ist aber hier ist der mensch größer als der stein der ihn einfach trägt und auch die obelisken die ja meter hoch sind werden hier in den hieroglyphen die man gefunden hat in den wandmalereien so gezeigt als wären sie kleine ständer wie kann das sein man hat sehr viele dieser dinge gefunden wie auch dieses bild hier das sind ebenfalls hieroglyphen wo eine säule eine riesengroße säule von riesen festgehalten wird und da drunter sieht man sogar einen kleinen menschen der aber nicht aussieht wie ein kind sondern einfach wie ein kleiner mensch der dabei hilft diese säule richtig aufzustellen das heißt man hatte kleine menschen für feine arbeiten und man hatte große menschen für große arbeiten also viele sagen auch dass man könige und sowas größer gemalt hat aber ich sage das ist das ist nicht wahr ich sage einfach es ist sehr sehr merkwürdig wir haben dann auch dieses bild hier wo man ebenfalls sieht kleine menschen große menschen mittelgroße frauen kleine frauen es ist wirklich faszinierend wie viele hieroglyphen man findet auf den sogenannte riesen zu finden sind hier ebenfalls direkt von der wand abfotografiert ein riesengroßer mensch und da unten ein kleiner mensch jetzt kann man sich natürlich die frage stellen warum gibt es davon keine funde klamotten ketten oder was weiß ich was ich kann es nicht sagen family and friends es gibt wirklich mehrere hieroglyphen in ägypten welche ebenfalls auf eine art riesen hindeuten könnten und es sind wirklich so viele dass man sich die frage stellen muss ist da was dran ja oder nein es gibt aber noch andere sachen es gibt beispielsweise ich zeige euch das mal es gibt es gibt eine zeitschrift aus 1896 in einer new yorker zeitschrift also es war in einer new yorker aus new york der zeitschrift wo veröffentlicht wurde beziehungsweise ganz publik darüber gesprochen wurde über die bekannten riesen die es gibt gerade in der welt und in der jüngeren vergangenheit und wie groß sie sind und so weiter und so fort das steht in einer zeitung in amerika stellt euch das mal vor es steht einfach so in der zeitung ihr könnt es hier nachlesen schaut mal ist es der end ist auch die american race also ist das die sind das die vorfahren der amerikanischen rasse discovery of an ancient giant footprint in british columbia race an interesting question dann haben die hier die ganzen namen goliath in palästin gefunden elf fuß groß galbara in rom gefunden zehn die haben das aufgelistet das war früher ganz normal die hatten sogar namen ort und so weiter und so fort die haben ganz normal darüber geredet hier haben sogar illustrationen gemacht wie groß zu einer sein gewesen sein muss hier das ist die das ist die ganze zeitschrift hier ist dieser kleine artikel den ich euch gerade gezeigt habe und so war die illustration in dieser zeitung in dieser new yorker zeitung this is chung the giant chung the giant war schon einer der groß war zu der zeit und bekannt war und daneben haben sie how the prehistory man would look today if considerable wie der wie der man damals heute aussehen würde wenn er durchgehalten hätte quasi und ihr müsst euch vorstellen früher war das kein geheimnis heute wird da ein geheimnis draus gemacht wieso weshalb warum weiß man nicht wir haben hier eine russische russische zeitschrift eine russische zeitschrift ist aus einer russischen zeitung ich kann natürlich kein russisch deswegen habe ich das alles mit der ki übersetzen lassen dort steht so viel wie ich erkläre es euch der text beschreibt archäologische ausgrabung auf einem hügel in der nähe der dreifaltigkeitskirche in polen es wurden zahlreiche gräber gefunden die vermutlich zu einem friedhof dieser kirche gehören es wurden mehrere grabplatten aus der ersten hälfte des 17 jahrhunderts entdeckt interessanterweise markieren diese platten die gräber von mitgliedern der woroschinski familie deren hof sich in unmittelbarer nähe der wand befand die drei grabplatten sind extrem massive kalksteinplatten mit einer länge von etwa 2 meter 50 einer breite von 80 zentimeter im oberen teil und einer dicke von 20 bis 30 zentimeter das gewicht einer dieser platten überschreitet eine tonne insgesamt wurden nach platten komplett in fragmente gefunden man hat also riesen knochen gefunden schaut euch mal an wie groß die schädel schon waren neben dem mann hier riesen knochen und das sogar in in russland in polen also weltweit hat man dinge gefunden über riesen die sich keiner erklären kann in tunesien beispielsweise gibt es ein mosaik boden der kassa da afrika heißt das ganze ist vom dritten jahrhundert nach christus was wir auf diesen mosaik boden steinen was auch immer sehen zeige ich euch jetzt das sind die original bodenplatten wir sehen wie ein mann nach einem elefanten greift ein mann nach einem elefanten da dieser elefant stoßzähne hat kann man davon ausgehen dass dieser elefant ausgewachsen ist wie kann das sein ich meine die waren ja nicht blöd die dieses mosaik gemacht haben die hätten den mann ja so klein gemacht wie sein bein wenn er so klein gewesen wäre warum haben die und ihr müsst euch überlegen das ist nicht das ist alles aus alter zeit das ist aus dem dritten jahrhundert nach christus aber wo sind diese knochen denn jetzt man sieht fotos die knochen werden nicht ausgesteckt viele menschen haben knochen gefunden von riesen und immer wenn diese knochen gefunden wurden wurden die beschlagnahmt von der regierung es gibt ein bild von einer frau the giant woman of road to rasu wurde 1897 von dr huge aufgenommen es sind mindestens drei große frauen auf dem bild zentral ist 22 jahre als sie ist zwei meter dreißig groß die dame rechts ist über drei meter groß wir schauen uns das bild mal an das wurde in afrika geschossen ist ein sehr altes bild aber man kann sehr deutlich sehen dass hier eine zwei meter große frau ist und hier eine sehr große frau ist historische bilder gibt es auch zu genüge ich kann euch gerne mal historische bilder zeigen die sogenannte riesen darstellen sollten ihr müsst verstehen früher war schon zwei meter fünfzig ein riese das muss man dazu sagen alles was so sechs sieben meter was man irgendwie so mal gehört hat gesehen hat ist natürlich oberkrass aber früher waren das schon riesen schaut euch diese frau und ihren mann an das galt damals schon als riese diese frau galt auch schon als riese diese frau galt auch schon als riese diese frau galt ebenfalls als riese also damals war riese schon alles über zwei meter ich zeige euch mal noch ein video über diese echte das war nämlich ein interessantes thema ich zeige euch das mal kurz das archäologische museum von heraklion auf der insel kräte im mittelmeer ist einer der wichtigsten orte um einige rätsel der vergangenheit in verbindung mit der minoischen kultur zu betrachten 1 im chat wenn ihr die stimme feiert zwei wenn ich wurde mit viel symbolik der vergangenheit der menschheit wie die gehörte in der schlangen oder die nicht entzifferbare tonscheibe von feistos sind einige die wichtigsten objekte des museus aber man kann auch andere verblüffende objekte wie diese riesen äxte betrachten sie sind so groß und du hast meine liebe geboren die stimme dass es praktisch unmöglich ist zu glauben dass sie von normal großen menschen verwendet werden konnten allein der griff ist größer als jeder mensch jetzt guck dir das mal an jetzt mal real talk kann der mann diese axt bedienen kann dieser mann diese axt bedienen der griff ist tatsächlich viel dicker der so dick wie sein bein bruder unglaublich niemals ein erwachsener mann und davon wurden hunderte gefunden von dieser axt hunderte wer hat sie benutzt es wäre also unmöglich sie für den kampf oder für landwirtschaftliche zwecke zu verwenden seine herstellung wird dem in neuen zugeschrieben einem volk das seit dem dritten jahrtausend vor christus florierte und sich durch seine fortschrittliche technologie auszeichnete nein nein ich glaube ich glaube die original griffe waren irgendwie kaputt und dann haben die die nachgestellt irgendwie so ich weiß nicht aber ich kann mir auch nicht vorstellen dass das die originalen griffe sind zu verwenden seine herstellung wird dem in neuen zugeschrieben einem volk das seit dem dritten jahrtausend vor christus florierte und sich durch seine fortschrittliche technologie auszeichnete labris bezeichnet die doppelachs eines der ältesten symbole der griechischen zivilisation die offizielle archäologie geht davon aus dass die labris für opferungen und anderen zeremoniellen praktiken verwendet wurden doch bevor die labris zu einem symbolischen objekt wurde verwendete man sie als kriegswaffe aber wer konnte mit ihnen umgehen obwohl es die geschichte zensieren will wurden diese waffen nicht für normal große menschen sondern für riesen prozentrieren alles gut hat sich vertan wenn das unglaublich erscheint gibt es einen weiteren sehr bezeugenden beweis dafür es handelt sich um eine kupfer axt die bei ausgrabungen am indischen hügel von hopwell in ohio gefunden wurde das objekt ist 61 cm lang besteht aus einer bronzellegierung und wiegt fast 18 cm anversehen alles gut Leute von uns zu probieren somit konnte sie nicht von einer normalen person effizient genutzt werden es ist die größte axt die jemals in den usa gefunden wurde und entspricht nicht der große eine axt 61 cm breite klinge was die von den ureinwohnern hergestellt worden sind in den alten texten und legenden verschiedenster volker auf der welt werden immer wieder die riesen erwähnt die die ganzen belegbaren beweise werden praktisch das ist fähig nicht die religionen und organisationen ignoriert und verschleiert wie konnte man so viele beweise aus unserer vergangenheit beseitigen in diesem sinne bis morgen seid dabei family and friends die 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 wir